Ich bin für die Organspende, wenn ich sterbe. Schließlich helfe ich auch anderen Menschen, jetzt wo ich lebe. Also ich bin dagegen. Ich bin für die Spenden von Organ und Gewebe. Wenn wir sind tot, ist das Leben nie fertig. Ich bin eher gegen Organspende, wenn ich sterbe. Warum? Das will ich lieber für mich behalten. Ich bin dafür.